So, was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Wir leben da. Machen wir mal die Mühle da. Mit dem Draht, nicht Mühle. So, so, so. Wenigstens uns ausdauert, bis sie besser wurden. Wir haben aber nicht mehr Biomarker. Wie soll das funktionieren? Wir brauchen den Saft, um die UV-Lampen zu betreiben. Geh nach oben und aktiviere das Windrad, ja? Ja, okay, das Windrad. Okay. Na, jetzt voll schiebt ich da hin. Der ist da wohl die eigentlich aktivieren. Okidoki. Ich glaube, die Leitung ist, glaube ich, besser als wir. Das ist wir unten am Boden entlang. Hier hört mich nicht. Uff. Was? Da, wie? Wer sieht mich nicht? Ihr hört mich nicht. Hast du auch gefreint? Da ist nichts, nichts ist hier, nichts. Ah, da oben. Was haben wir denn da? Vielleicht eine Jogginghose? Eine Jogginghose, das ist schön. Leder und Teile. Da ist noch was unten. Das wird mal ein Zehner. Pusch, 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 pusch. Was haben wir da? Eine Doppelstreikkolben. Nehmen wir mit und machen wieder Teile. Wodka aus alter Welt. Stoffhitzen, Teile. Na so. Boah, hab ich'n Durst. Ja, bist du? Hm? Ey, greif doch hin hier doch. Was ist das? Wow. Oh. Trampolin. Ah, daneben. Puh. Trampolin ist das. Ist ja cool. Na, und schon geht's wieder, scha? Bis sie hinkwischt. Ich hatte nur wieder. Ich bin sicher, sie ist gut. Ich bin sicher, sie ist gut. Ich bin sicher, sie ist gut. Das ist gut. Ich bin sicher, dass ich die Leder ist. Es ist gut, wie der Witcher. jetzt haben wir das da wieder besiedelt quasi hier in einem Windrath schafft er Sicherheitszone, du Faulicht da gibt es also nur Fraktionen Kruppen da gehen wir jetzt da runter Danke ständig allen, dass wir uns auf den Winter vorbereiten sollten aber was ist, wenn sich so viel Strom in der Luft befindet? Ist das überhaupt möglich? Hast du eine Ahnung, wie man sich verschädlichen elektrischen Wellen schützen kann? Das ist ein Aufzug Na, das ist ein Händler Die Turbine scheint noch in gutem Zustand zu sein Das ist eine Schande, ich könnte die Arbeit gebrauchen Ich hab dir gesagt, es ist Zeitverschwendung Aber wenigstens kennt uns hier niemand Hast du vergessen, was beim letzten Mal passiert ist? Still! Sie hören dich! Mann, da ist meine Ruheraumerin und mein Lager Nein, wir warten jetzt nicht bis auf Einbruch der Dunkelheit So ein Scheiß! Die Leute beschweren sich jemach! Wir lieben und das ist alles was zählt! Ja, da habe ich auch so So, jetzt verkaufen wir erst einmal Das da können wir verkaufen Das ist kaputt ein bisschen Das sehen wir nur auf Da können wir alle unsere Wertsachen verkaufen Also Kippen und den Kristall und was noch zu tun und das ist für Herstellung Müssen wir auch mal schauen, kaufen Was haben wir da? Käppi Käppi haben wir noch nicht Verzeihung Wir sind ja schon wieder ziemlich spät Kriegssäge 500 Hüppe 500 Nein, das ist mir nicht wert Was haben wir da noch? Molotowcocktail, Mine Bleischköder Medikit Militär Nein, das ist mir als steuer Das ist mir als steuer Jetzt zeig ich mir her, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt die Mütze aufgenommen Wir haben ja Wir haben die Mütze aufgenommen Dann hat sie aufgenommen Und dann haben wir die Mütze aufgenommen Das ist mir lehrt Wir haben die Mütze aufgenommen Da haben wir die Mütze aufsetzen Also haben wir die Mütze aufgenommen ich nehme es durch klickseln hinweise das wird unser tutorial er hat auch gebuch fertigkeiten geht einer nix oder ok beste qualität handelsposten siedlung überleben im gebiet handelsposten alles gebiet kontrollieren schein die da da haben wir fragezeichen das fragezeichen das ist wo 40 meter unter uns die man den aufzug nutzen oder? Blinde der Woffener, das ist so ein Zubehör. Okay. Schau mal, was wir da finden. Da steht was Großes unten. Sagen Sie, was ich habe, ist was zum Zuhören. Ja, das lassen wir einmal. Schauen wir mal, ob wir das hier bekommen. Oh, das ist ja in die Richtung. Aber da gehen wir um entlang. Schau mal, die ist da für welche. Entschuldigung. Verdammte Naughtwitty natürlich so. Dunkelhöhenverlassene Läden. Dunkelhöhenverlassenen Läden. Zwei Orte. Besser nachzukunden. Verdienungsteile. Wir zocken. Drei. 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 So, das war ein Herz. Aha. So, das war ein Uf. Auffüllts. Ah, Lavendel. Da ist nix mehr. Aber wo denn? Ganz schlecht, ganz schlecht. So, das ist jetzt der dunkler. Kommen Sie nachts wieder. Ja, dann behalten wir es jetzt mit dem Hinterkopf. Nun, aber das ist jetzt, wo wir da alle stehen. Jetzt hab ich's, du Arsch. Bist du wahr? Wie gefall ich dir jetzt, du Bastard? Nein, nein, nein. Nicht so aufreiberd. Jetzt bist du tot, Fickfresse. Was Fickfresse? Das ist gar nicht das Wort. Ich hab keinen Bock auf diese Scheiße. Ich auch nicht. Was waren das überhaupt? Wofür waren das Räuber? Nicht gute Menschen, die ich hier umgebracht hab? Ich hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan. Ich hab's nicht getan. Es schreit da ständig um Hilfe, ist ja nicht da. Da hab ich jetzt alle immer sonst umgebracht. Also bisschen verwirrend ist das schon rubbish. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich gehen, lass mich gehen. Lass mich in Ruhe. 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 Mei, jetzt hüpfe ich auf wieder, weil mir das nervt. Hallo? Also. Du liegst aber immer noch nicht so gut, oder? Du bist irgendwie ganz ausgereift da. Push, push, push. Quota-Back-Trikot. Jetzt schauen wir mal. Da haben wir... Da haben wir jetzt das Quota-Back-Trikot. Die Schuhe haben wir gekriegt. Feste Schuhe. Passt. Da haben wir ein paar Wertgegenstände. Fertigkeiten. Wir haben ein Parcours gesteigert. Da das ist. Lungen bleiben. Drücken Sie vor. Ausführen Sie direkt, bevor Sie den Boden berühren. Das heißt, wenn Sie keine Ausdauung mehr haben, dann verschüren Sie keinen Halt mehr. Da muss ich abrollen. Ich glaube, wenn ich mir mal die ist, dann fülle ich mal die Rolle. So leicht. Hoffe. Nehmen wir da... Tagbuch. Ähm... Immer stärker. Quest abgeschlossen. Ne, gern abgeschlossen. Jetzt haben wir das da, ja. Gut. So. Dunkle Öle. Was gerade ist da? Militärkombol. Das ist das Höllendinge. Alter Schwede. Hm. Schauen wir schnell da bei dem Handelsposten vorbei. Zack. 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 Ohne. Nur ein Matschpinender unterwegs. Ich finde nicht wie das wohl mit Japan ist. Bei denen wurde es in 23 zuerst dunkel. Sind vermutlich alle tot. Hast du diesen Ulisses-Typ getroffen? Ich würde ihm nicht vertrauen. Er ist ein ehemaliger Pin... Ach richtig, vergiss es. Bester der Branche. Aha. Du bist der Beste der Branche. April Sommer. Mhm. Verkaufen. Du kannst das da haben. Und das kannst du auch haben. Und das drum auch. Ja. Das könnte man so meinen. Tischbein-Disconst haben. Gell. Und dann... Und die Jogginghose. Und den ganzen Klumpen-Sumster. Gut. Danke. 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 Sie fragen sich nicht, wo sie sind. Sie beschweren sich nicht, dass das Aquarium zu klein ist. Sie sind einfach da. Warte. W-was? Also nochmal von vorne. Du hast alles, was du hattest, für das Wasser deiner Fische gegeben. Dann hat jemand deine Fische gegessen und das Wasser getrunken. Du bist trotzdem nicht wütend? Bist trotzdem nicht wütend? Oh, natürlich war ich wütend. Aber was nutzt die Wut mir? Sie sorgt nur für negative Gefühle und Gewissensbisse. Vielleicht fischen wir eines Tages wieder in den Flüssen und Meeren. Ja, fischen. Auch dabei kannst du viel über das Leben lernen. Du klingst wie eine Art Fischmönch. Ich bin jetzt jedenfalls so arm wie ein Mönch. So viel ist sicher. Mach's gut, mein Freund. Es tut mir leid, dass du nichts von meinen Fischen lernen kannst. Mhm. Der Fischmönch. Hast du nichts zu tun? Geh weiter, bitte. Dass die alle so aggressiv sind, das ist ja der Hammer. Da ist wieder ein Fragezeichen. Weißt du, wer eine Ratte ist? Darf ich mich denn etwa nicht über Ratten beschweren? Mann, nicht doch wieder diese Vire-Frei. Das ist doch immer ein anderes Thema. Ein anderes Thema als diese Mörderbande? Wir wissen, dass der GRE bei diesem Virus versagt hat. Oh, wir wissen es. Sie haben meinen Vater getötet. Im Ernst? Mein Vater war hier als Kammerjäger tätig. Es ist peinlich, wenn man Ungeziefer hat. Weißt du? Mein Papa ging immer diskret vor. Hatte viele wohlhabende Kunden. Er machte alles Läne, hatte für alles seine eigene Giftmischung, hatte seine eigenen Desinfektionsmethoden. Darauf war er stolz. Eines Tages fuhr ihm ein fliehlichtiger Typ ein halbes Vermögen an, ein Problem in Muddy Grounds zu beseitigen. Dem Kunden war es extrem wichtig, den Ort noch her zu desinfizieren. Es gab meinem Papa sogar spezielle Chemikalien dafür. Das war ungewöhnlich. Aber mein Vater verzog keine Miene. Die Bezahlung war gut. Und wir brauchten das Geld. Am ersten Tag vergannter der Mittagessen. Alle Worte gespielt. Es war ein vielbepfeiler. Nur die Zerpoder für mich. Okay, meine? Nein. Oh, irgendwas ist doch da. Ich versteckte mich in einem Gebüsch. Ich rede ganz schön lauter, hier ist sogar da unten noch. Böööööööööööööööööööööööööööööööööööööö. Er wärst mich mit Händen und Hüßen schreit. Das mach ich nicht. Soll'e ungewöhnlich war schlicht mein Metier nicht. Die werden uns imki nach hau, schließen die Tür. Ich klasse mir ran und lausche. Sie sind da sofort wieder an und zauber�elt das komplette Anzeigen. wow das ist ein Tugmann das ist ein Mänger, wenn man so eine Tür kühlt das ist ein Mänger, wenn man so eine Tür kühlt so, Schädel, Schäfer, Möbel, Schäfer dukt also, am Dug sind die ich nicht die helsten, ne? nein, was ist denn das? also ich habe da die absolute Premium Version gekauft, gell? und dann kriegst du sowas geliefert mit seinen Spacks und Sprachausgabe nicht richtig und vielleicht Zombies jetzt wird sie jetzt wird sie die Gegner ja, da war ich aber ich war doch da oben bei dem Buch, da ist nichts gegangen die hat ja Geschichte erzählt, weil ein Pappen mit dem Gift die man ne die 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 Ah, sehr stolz, sehr stolz. Das war ungewöhnlich. Aber mein Vater verzog keine Mine. Die Bezahlung war gut und wir brauchten das Geld. Am ersten Tag vergaß er sein Mittagessen. Also brachte ich es ihm. Es war ein piekfeines Haus, nördlich der Polder Avenue. Vor dem Gebäude waren vier Männer in Schutzanzügen in einem Laster. Ich versteckte mich in einem Gebüsch. Also, ich wäre weggelaufen. Plötzlich stürmte Papa aus dem Haus. Die Männer packen ihn und wollen ihn in den Laster schleppen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen, schreit, das mache ich nicht. Solches Ungeziefer ist nicht mein Metier. Sie werfen ihn in den Laster und schließen die Tür. Ich schleiche mich ran und lausche. Du gehst da sofort wieder rein und dekontaminierst das komplette Haus. Alles muss sauber sein. Andernfalls killen wir deine Familie. Er ging wieder ins Haus. Acht Stunden lang blieb ich noch im Gebüsch. Hätte mir beinahe in die Hose gemacht. Als er endlich wieder rauskam, eskortierte ihn einer dieser Typen. Und zwei andere trugen etwas, das aussah wie eine Leiche. Aha. Sie brachten sie in den Laster und fuhren weg. Zu Hause drückte mich mein Papa an die Wand und sagte, er hätte mich gesehen. Ich sollte niemals wieder über diesen Tag sprechen. Kaum eine Woche später war er tot. Hätte Industriereiniger in einem schlecht belüfteten Raum eingeatmet. Es wurde zu meinem persönlichen Kreuzzug. Alles andere gab ich auf. Selbst als einen Monat später die THV-Pandemie ausbrach. Ich war davon besessen herauszufinden, wer diese Leute waren. Schließlich fand ich einen Ex-GRI-Mitarbeiter, der bereit war zu reden. Oh, Kirsch. Worüber denn? Über den Ursprung des Ausbruchs. Über den Vorfall im Genfer Labor. Über die erste Ausbreitung der Infektion. Die Vertuschungsmaßnahmen. Mein Vater war daran beteiligt. Ich dachte immer, sie hätten ihn wegen seines guten Rufes ausgesucht. Weil er der Beste war. Aber nein. Sie nahmen ihn, weil er alleine arbeitete. Macht es leichter, die Spuren zu verwischen. Der Mann im Haus war Patient Null. Das war sechs Wochen, bevor der THV-Ausbruch bekannt gegeben wurde. Die Ratten haben ihn gekillt. Mich ließen sie nur davon kommen, weil sie zu beschäftigt damit waren, alles zu verdienen. Sechs Wochen vorher? Hm. Wow! Wenn die Leute das damals schon gewusst hätten, das hätte sie alle retten können. Ja. Und die Verantwortlichen sind irgendwo hier. Und wenn ich sie finde, dann werden sie sich wünschen, die Infektion hätte sie erwischt. Nicht ich. Mhm. Dann schluckst du es mit deiner Probe von. Ja. Und dann schluckst du es mit deiner Probe von. Ja. Und dann schluckst du es mit der Probe von. Ja. Und dann schluckst du es mit der Probe von. Ja. Und dann schluckst du es mit der Probe von. Ja. Und dann schluckst du es mit der Probe von. Ja. Und dann schluckst du es mit der Probe von. Ja. Und dann schluckst du es mit der Probe von. Ja. Und dann schluckst du es mit der Probe von. Vielen Dank.